ja gestern die die endgegner die dann werden wir auch noch mal drauf stoßen also die sind nicht ganz ohne das glaube ich ach so jetzt kann man kampagne abenteuer musste abenteuer nehmen also abenteuer modus ich bin wieder am stein zurück noch mal welten einstellung abenteuer neues abend und dann oder musste unten space irgendwie nur dass du das bestätigster sozusagen das start ist das neue abenteuer wenn es dann ausgewählt ist dann drückst du glaube ich nur space aus und jetzt kann ich reisen ja ich dachte schon der hat mich irgendwie verarscht aber ich musste gestern auch erst mal gucken weil erst mal ist ja wichtig für das inventar für die munitionskisten f war wichtig für die wenn der kreis unten voll ist für die spezialwaffen dann habe ich alt gestern rausgefunden dass man ja mit alt kann man ja krabbeln weil ich musste ja gestern zu seinem endgegner da kommen da kommen wir auch noch hin also am anfang als ich hier war bin ich gleich zum endgegner gegangen gekommen aber du hast auf der karte auch immer gleich so eine wie soll ich sagen also so figuren halt nach die dann dahin deuten dass du da noch mal hin kannst du quatschen damit die deren auftrag geben oder so ja und da musste ich auch erst mal gucken die ganze welt erforschen so aber das gute ist hier dass man sich hier nicht verlieren kann genau man sieht wo der andere hingeht das stimmt schon wieder ein eingeschafften punkt ja genau die eine ratte die transportiert haben die bomben ja finde ich auch geile atmosphäre qualität ist auch geil ist ein unterschied zu help point wenn man das jetzt mal so zockt das ist schon wahnsinn ich war richtig also ich wusste gar nicht mehr dass es so gut ist auch als ich eingestiegen bin irgendwie ein haufen rüstung genau rüstung ich glaube ringer ringer hatte ich neu es gibt auch glaube ich neue waffen oder so alles gute alte maschinengewehr zwar auch super aber man sieht hier ziemlich schlecht ja deswegen nehme ich hier auch mal meine spezialwaffe jedenfalls dass ich den kreis immer aktiviere das ist ja warte mal wie heißt die knarre nochmal und zwar das jagdgewehr hat ja die option hier heilt das jagdgewehr ja stimmt ach ja genau das ist ja verschiedene modifikationen vornehmen ich kann jetzt auch zweimal hintereinander heilen jetzt müssen wir mal gucken wo waren wir denn noch nicht die karte ist da noch dunkel ich kann ja auch mit schiff laufen und man kann mit schifte aber auch zielen und schiff drücken ja genau jetzt kannst du es manchmal so ein bisschen problematisch finde ich wenn du mit der laufen willst und er aber dann irgendwie gerade nur diesen zielmodus drin hat das problem hatte ich ganz oft dass ich irgendwie weglaufen wollte aber er hat gerade gezielt mit schiff was ist kommen wir gut dass er sich selber erledigt ja also hast du sonst die karten aufgedeckt wollen wir erstmal gucken was so da ist oder wollen wir einfach weiter die karten sich denke ich gerade selber auf genau da muss er jetzt aufpassen genau sonst kommt er hier mit der frostbeule ne genau ich gucke gucke auch gerade wegen der karte was alles so gibt also bei mir ist die da unten noch dunkel da kommt der nächste stein ich weiß auch nicht ob jetzt hier unten diese figur da ist da wechseln wir erst mal dann in eine andere map genau das ist die andere map und genau jetzt können wir weitergehen also gucken wir uns erstmal hier um komplett ja weil das müssen wir auch machen weil ich habe ja gestern ich weiß nicht wie du zugeguckt hattest aber da war ja gestern so eine komische robbe auf so einem schiff und hier kommt irgend so ein typ den muss ich auch erledigen oder müssen wir erledigen und den der robbe müssen wir dann das ist so eine komische robbe mit maus drin oder ach ganz komisches tierchen und der müssen wir halt dann wenn wir einen typen erledigt haben diesen stoßzahn geben so ich komme mal zu dir jetzt macht bei remmen wirklich sinn weil ich habe am anfang auch nur weil am anfang auch nur geguckt und wir sehen so oder kann man ja weiter und dann aber einiges übersehen und gestern habe ich zum ersten mal dann komplette kart aufgedeckt jetzt mal ein bisschen ausweichen hier so aber ich habe nämlich keine munition mehr jetzt haben wir den stoßstahn ist oder meistens die müssen wir dann abgeben sozusagen das tut gut ja ja wir haben es geschafft ja wir haben es geschafft ja ich sag's ja halt nur die endgegner sind teilweise also ok die die ratte habe ich ja gestern geschafft aber der zweite der dann kommt noch ist wirklich hammerhart oh jetzt noch so ein dicker ja gleich habe ich gehen aber die munition hier ist doch rar ja ich hab ich weiß hier hast du noch munitionskisten ja ja die habe ich schon aber ich bin immer ein bisschen geizig ja ich musste auch zugreifen ja die können ruhig ein bisschen mehr geben auch ganz gut das gute jo waschne ja 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 sehr gut gehen wir weiter nach oben genau da kommen wir dann irgendwo auch am zaun wieder und an diesem zaun kannst du halt nur von von der anderen seite was macht ach so du hast das alles klar ja ich weiß nicht ich wollte wissen wie schlägt man eigentlich mit ach ja jetzt weiß ich ja 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 willst du die tür öffnen wir dann später von der anderen seite ach so genau linke maustaste kannst du ja genau einfach schlagen ohne zu zielen hm oben lang waren wir noch nicht okay egal von welcher seite okay ähm wo wir jetzt drauf achten müssen ja und zwar wenn wir ähm nochmal so ein gelbes tor sehen wo es weiter geht mhm da müssen wir gucken dass da ein boot vor ist ein was ein boot da muss ein boot vor sein und äh wenn man das boot zieht dann kann man rüber in diese andere welt um denen diesen stoßzahn den wir jetzt bekommen haben abzugeben ja alles klar ist ein checkpoint ach hier haben wir angefangen oder was mhm ja es kann sein es gibt hier zwei checkpoints mal gucken mal gucken die karte jetzt schon komplett aufgedeckt ne wir müssen da oben links noch okay okay dank so ach ja stimmt da das bei mir auch dunkel ja ich erschieß dir mal alle was ach du hast deine deine zusatzleute da das sind deine zusatzleute ich habe die kanonen alter nahe mich aber selber erschrocken ich wusste gar dass das dass ich die okay weil ich die waffe gewechselt habe wahrscheinlich aus versehen auch geheilt das schöne spinat ne schön für poppa hier oh sehr gut was dir schmecken da sind wieder die nächsten hier hier liegt dort noch einen erfahrungspunkt ah ist auch noch eine kiste ach wo versteckt der sich denn auch da ach jetzt bin ich wieder was dickes so ein erfahrungspunkt denke wir gleich mal eine rüstungsdurchdringung packe ich dir mal rein so ist es so viel ne ja auf jeden fall ich habe meine ganze mein ganzer charakter ist fast aufgelevelt so ist das der mit dem boot ja genau hier müssen wir hin ja warte mal kurz ich gucke ich muss auch gleich äh schattenpürscher schattenpürscher was ist denn das ich weiß gar nicht immer schattenpürscher hier so na das war sie hier die in der sackkasse und äh da gehen wir hin und geben ihm was ab ah ja das ist das was ich beim ersten mal äh vergessen habe das nicht hingehauen hat also wo ich dann einfach weiter gelaufen bin aber hab das hier komplett übersehen ah ok ich dachte auch immer so was ist denn das für ein blaues männchen da auf der karte und hab gar keinen weg dazu gefunden und dann habe ich gesehen dass ja hier so eine schräge ist die dann zum boot führt ah ok nur kurz dann kriege ich munition und alles mhm was ich noch kurz auffüllen ok genau da schon da schon das schiff da unten ist ein typ der sehr unfreundlich der lässt lässt uns nicht rein was auch gar nicht weil das dein quest ist ob du mit dem reden musst oder ob das egal ist was auch nicht was warum 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 was in Tarnis bist ist das sieht aus wie kleiders klarki wirst du mit dem reden ja ich rede schon ok das ist nicht super warum so klein so schwach hm na laufend sehen hm entbehrlich hm Jetzt sagt er das mit den Stoßzahn, dass er den haben will, den Rudelmeister-Stoßzahn. Und dann werde ich ihm den mal geben. So, da ist er. Ja, jetzt töten. Hahaha. Abmachung ausführen. Äh, Sklave nicht töten? Nein. Ähm, dann töten. Nicht töten. Handeln. Jagen. Jetzt kann ich sie hier noch ausfragen. Zwischendurch. Sebum. Händler. Andere Uriki. Sklave. So, äh, brauchst du noch irgendwas, weil du kannst mit dem auch handeln. Sebum. Ja, dann kaufe ich mir noch ein paar von denen. Später, ja. Komm und geh. Momotionskisten. Hm. Hm. So, Waffen hat er keine mehr. Bei dem hatte ich eine abgesägte Schrotflinte das letzte Mal gekauft. Mhm. Bringe Dinge, die du findest. Sebum wird. Sie von der Leiche entfernen. Voll. Eine Ratte mit einer Maus, äh, äh, oder eine, ne, ne, eine Maus mit einer Ratte. Oder zwei Ratten ineinander gewachsen. Also ganz komisch. So. Ah. Warst du bei den Typen unten schon? Der, bei dem unfreundlichen? Nee. Ach geil, man nimmt mir mal die ganze Hütte auseinander. Und keiner macht was. Hier ist nichts für dich, Zwerg. Keine Chance. Okay. Super. So. War wieder gut ausgerüstet. Ja. War gut, mit dem hier unten brauch ich ja dann nicht reden, oder? Nö, äh, der ist auch... Der zickt nur rum. Du kannst noch was lesen. Weiß nicht, für was das wichtig ist. Vier Monate, sieben Tage. Der, wenn Kreis ist leer, die Winde wehen über den Grund, keine Stimme spricht. Dein Geist weint. Mh. Ja. Hier ist noch eine Kiste. Ist schon eingesammelt hier. Sehr gut. Da ist gute Arbeit. Ja, wieder zurück, ne? Mhm, genau. Oh. Wo ein? Äh, siehst du ja oben auf der Karte, ne, dass da so ein blauer Typ ist. Ja. Ach, genau. Das war... Hatte ich erst gerätselt. Wie komme ich denn da hin? Aber ich kann den... Berühr den auch noch mal. Wir wissen dann halt nur, wenn wir jetzt rüber gehen in die andere Welt, dass wieder alle da sind. Ja. Das ist ja nicht so schlimm. Nö. Das ist gar nicht so verkehrt, sich mal komplett aufzuladen. Aber ist schon was anderes als Hellpoint, ne? Ja, definitiv. Das ist nicht so klobig. Ja. Und das funktioniert einfach. Also da war der Kampf auch irgendwie so schwierig, so klobig, so... Mhm. Man hat Sachen gedrückt und es ist nichts passiert oder es ist irgendwie was komisches passiert. Genau. Äh, das ist ja... Genau, du musstest... Ich weiß gar nicht, welche Taste das jetzt war, aber... Dann hast du die gedrückt, dann passierte gar nichts. Hast du noch mal gedrückt, dann ging's endlich. Ja. Äh. Ja, so an sich ist es ja nicht schlecht, aber wie gesagt, also eher so für ein Stimmchen dann... Ja. Ja. Ja, da müssen... Die müssen da noch einiges programmieren. So. Also können wir dann jetzt sozusagen da unten in diese andere Instanz, ne? Genau. Das. Äh, da müssen... Wir müssen noch mal gucken. Es gibt jetzt noch eine Instanz. Ähm... Du findest einen Mäuser... Mäuserich sozusagen noch. Also eine Maus, die ganz viele Kinder säugt. Okay, vielleicht dann hier oben. Weil oben waren wir auch noch nicht. Dann gehen wir erstmal da. Mhm. Hier müssen wir auch, äh... So eine Höhle gerade hin irgendwie. Ja, das ist das da oben, ja. Hier ist es. Das ist gute Arbeit. Mhm. Oh, hier gibt's noch... Ach ja, die Kiste haben wir ja schon. Mhm. So ist die Höhle gleich. So ist die Höhle gleich. Gucken wir da zuerst rein? Ja, können wir machen. Ich war mir jetzt nicht sicher auf die Kisten explodieren. Mhm. Mhm. Das war für mich auch erst ungewohnt, dass ich dachte so, ich komme jetzt zum Endgegner, aber Gelb ist ja nur Level weiter, also andere Map. Und, äh, Endgegner ist ja transparent hier in dem Spiel. Mhm. Also bei Hellpoint war ja alles irgendwie so gelb. Ja. Und welche Fässer explodieren denn nochmal? Wie kann man die denn weiterentwickeln? Äh, die hier. Also die... Jetzt habe ich es natürlich nicht gesehen. Achso. Äh, die auch nicht. Sondern die sind, äh, mehr rötlich. Ahja. So, jetzt haben wir den Checkpoint gerade nochmal. Mhm. Mal hier aufräumen. Mal hier aufräumen. Wie seht ihr die rötlichen da? Seht ihr das, Herr? Ahja. Ah, super. Ja. 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 Die gute Kiste, ja. Ah, wie haben wir sie vermisst? Ah. 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 Warte mal, ich hab ja... Ach, mein Ring... Scheiße, ich wollte gerade gucken, wenn ich hier oben schießt, dann fallen... fallen sie irgendwie runter. Ah. Ach, der Magier, okay. Ja, genau, aber schön aufladen. Ah, gute Munition. Ja. Mal wieder. Ganz schick, ja. Hm. Was ich ein bisschen schade finde, dass man halt immer erst gucken muss, wie man so ein DLC startet. Das wäre besser, ne, wenn das stehen würde, da DLC und dann startest du dann und der ist gut. Ja, stimmt. Du musst mich gestern erstmal schlau lesen. Zu treppen ist ja noch nicht so. Hm. 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 Und jetzt, was gibt es hier? Hier ist noch primäre Munition. Was gibt es hier? Hä? Da hinten ist ja ganz viel Zeug, das wir übergelassen haben. Oh. War gar nicht aufgefallen. Hier rechts, der Gang wird gar nicht angezeigt. Ach他 ist. Hm. Hallo. Ach hek? Alluks**** Ach hek! Ach ja. Ach he? Ach hek! Ach hek! Ach hek! Ach hek! Ach hek! Gibt es sonst Heilung? Ah, okay. Heilung gut. Es ist endlich vorbei. Es ist ganz viel Muni. Sehr gut da. Ich habe gerade... Kannst du einsammeln? Ich habe gerade meine Munitionsbox gepackt. Ah, okay. Alles in Ordnung, Mareis? Über dir! Oh, ich habe nur eine Bratte hinter dir erledigt. Sehr gut. Das ist schon ungewohnt. Ja, die hat sich auch ganz gut versteckt. Ich nehme diese Scheiß-Vogel. Ja. War lang. Nee, von da kommen wir auch. Ist ja krass, weil die so spawnen einfach hinter einem und vor einem. Ja, da musst du ja gar nicht nach vorne und hinten gucken. Ja. Ich konnte schon wieder zwei Eigenschaftenpunkten vergehen. Ah, Vorsicht. Da oben kommt eine runter. Ja, aber die sind noch hinter der Wand. Jetzt. 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 Jetzt bleiben wir an diesen Dingern hängen. Und jetzt. sehr gut Popeye ist ein Spinat ja richtig schön kühn oh da gibt es noch ein Lovasch oh hier ist auch das Lovasch okay geht es auch wieder überall ich komme mal hier rechts mhm aber man merkt schon unsere Charaktere sind sehr stark da stoppt man nicht so schnell ne ja das stimmt da gibt es ein Küste oh jetzt geht es hier lang da gibt es gar nichts außer den Tod da du 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 Was meinst du? Da war was zum Explosions- Ja, die Fässer, wenn die mal da sind, dann muss ich die Stühle und alles zerstören. Ja. Oh, der ist ja ein Dicker. Der kann nix. Nö. So, du kannst Munition wieder nehmen. Ich habe wieder eine Kiste genommen. Du bist ja verschwenderisch. Warte mal, wie viel habe ich denn noch? 31 habe ich noch. Ich habe auch noch 16 Stück. Ja. Und wir haben so viel Kohle, ey. Da kannst du... Ich glaube, die Kosten sind nicht gestiegen, kostet immer noch 200 Tacken. So. Jetzt geht es weiter. Bin ich mal gespannt. Mhm. Ja, das Spiel hat wenigstens so einen Fluss irgendwie. Das finde ich hat Hellpoint total gefehlt. Ja. Spielfluss irgendwie, ne? So. Genau. Ich weiß gar nicht, wo lang und wie und was passiert. Ah, hier ist ja schon Endboss dann. So. Nur mal Schluck getrunken. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt schon die Ratte ist, die kommt. Oh nicht. Das werden wir gleich mal sehen. Mhm. Nee, das ist... oder? Jo, das ist sie. Das ist hässliches Monster. Entschuldigung! Ich glaube, die wird ja jetzt so platt gemacht von einer anderen Maus, glaube ich, oder? Oder bleibt das bei der? Nee, bleibt bei der. Ah ja. Nee. Ach nee, doch nicht. Ach nee, doch nicht. Ach, das ist aber nicht die, die du bekämpft hattest. Nee. 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 das kann ich wo der verletzt war ich glaube am ganzen körper ich versuche meinen kopf zu treffen und wir es gibt wohl mehr punktabzug das ist übel muss man nachladen wenn er einen umbaut kann man ja gar nichts mehr machen das sieht echt übel aus kannst du nur versuchen wegzurollen ja bist du tot? ja ja alleine ist der echt schwierig also ja auf jeden fall der geht richtig ab also was ich schlimm fand wenn er einen umbaut dann kann man sich also man bleibt umgehauen und dann haut der weiter auf einen ein genau das problem hatte ich eben da auch um ihn rumlaufen irgendwie ich glaube jetzt mal weg du kannst du derzeit von hinten auf den ballern dann machen wir es wieder umgedreht ja scheiße ich ja das war es bei mir bin in schwierigkeiten also das ist schon krass man darf sich man darf sich nicht erwischen lassen ne hier stand eben fand ich lustig die beste verteidigung obrig töten ja warte mal kurz ich guck mal ob ich ähm doch eine andere waffe mal ausprobiere wir haben ja so schöne waffen mhm das finde ich übrigens auch richtig geil an dem game dass du die ganze zeit deine ganzen waffen die du hast ähm mitnehmen kannst ja das stimmt ja das stimmt warte ich glaube ich versuche tatsächlich mal die hier ich weiß gar nicht mehr welche waffen waren das wo dieses schwarze loch kommt Teilchenbeschleuniger die habe ich jetzt auch genossen ah ist ja gut ja die habe ich jetzt ok ich bin soweit mhm ah ist ein ganz anderer funfaktor das game ne ja ist abgestürzt mein game ist abgestürzt oh ja ich bin mal reiß hm ja wo ist denn wo ist denn der boss hin der endgegner ist auch weg ja wahrscheinlich weil ich weg wenn das ist schade dass er jetzt nicht irgendwo steht und ich ich kann doch nicht mal was kaputt machen und sammeln oder so ja ne 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 verbindung versitzung verloren ja wird vielleicht doch zu heiß ich weiß ok wenn du willst kannst du wieder dazu stoßen meine osc flasche zu die jetzt müssen wir reißen ich hoffe wir kommen da jetzt ja ich glaube schon muss nur zum letzten checkpoint und dann ich sehe jetzt haben wir die ganze zeit ein zuschauer und das meine handy wenn man jetzt wenn du jetzt so guckst haben wir zwei zuschauer das wieder was anderes irgendwie ja auch mal ich mache das mal kurz an ja ja können ja erstmal eine runde zocken der brauchte immer ewig besser besser wlan gestrahlt weiter der macht schon fett geräusche hier und und Oh, da kommt Chance, irgendwie da wegzukommen, weil der so schnell ist. Ja, und das müssen wir meistens öffnen, also wenn man nicht von hinten erwischt, dann Oh nein. Oh nein. Oh. Einmal weg? Ja. Oh, scheiße. Oh, oh. Jetzt bin ich gleich hier. Oh, das wäre nicht so. Falsch sagt er, naja, ganz toll. Ich glaube, er mag, hier kann man sich ganz gut, hier muss sie aufhören, hier kann man sich ganz gut verstecken. Ah, jetzt habe ich wieder freie Sicht. Jetzt hat man sich festgebracht. Oh, das ist ja sehr gut. Geh mal weg, ich schieße mal so eine Granate rein. Gut. Alter, das macht ihm ja auch nicht wirklich viel. Das ist jetzt ein bisschen schade. Ja. Das ist jetzt nicht so schwer. Aber wir hatten doch schon mal so einen Gegner, der sich so verbuggt hat, ne? Ja, genau. Das war krass. So. Das passt nicht mehr. Eigenschaftenpunkt kann ich wieder vergeben. Munition kannst du alle einsammeln. Ich habe keinen Platz. Was aber nicht funktioniert hat, das Tor ist nicht aufgegangen hier. Normalerweise ist hier so ein Tor hinter, ne? Oder ist das eh falsch? Das war mein Fehler. Das ist hier. Genau. Das passt nicht mehr. Zuschauer oder so. Ja. Gucken, jetzt steht bei mir noch eins. Oh. Jetzt haben wir eine Vorsicht. Ich schieße mal. Ich schieße mal. So. Hier geht es dann weiter zum Verlassen, ne? Alter, der war aber schon übel, der Typ. Und dieser Reiter, der da noch kommt mit seinem Kompagnon. Also da hast du das Pferd und den Reiter als Gegner. Alter, das ist auch übel. Ja. Ich fand den auch krass. Also hätte der sich nicht festgepackt, hätten wir. Mhm. Wir haben aber wahrscheinlich wieder gestoppt. Ja. Ich glaube, jetzt können wir die Tür hier auch irgendwie aufmachen. rechts oder links. Ah, okay. Wo das war. Da ist einfach noch ein Stein. Mhm. Da ist die Tür. Soll ich die Tür öffnen oder noch? Ja, mach mal auf. Das ist nun mal gut. So, ist auch. Wir können uns ja am Checkpoint nochmal aufladen, oder? Mhm. Besser ist das. Dann bin ich mal gespannt, wer da so alles ankommt. Ja. Das ist ja gut. So. Dann drücke ich mal F. Ja. Dann sehe ich ja. Gucken, ob hier irgendwo Gegner es schon sind. So. Dann drücke ich mal F. ja. Ja. Das sieht so nackweilig aus, als könnte man mal weiterkommen. Mhm. Das wäre dann so ein Durchgang. Ja. Aber mir steht immer nur eins um. Das ist so komisch. Ja. Ja. Ah ja. Der hat ja auch schon Verbindungsschwierigkeiten. Oh. Und mit dem WLAN. Komisch. Naja. Oh, dann. WLAN wieder an. Mal gucken. So. Jetzt läuft es. Mhm. Ich habe mit meinem Handy ja wie gesagt auch immer beim WLAN so Probleme. Ähm. Ich habe zum Beispiel manchmal kriege ich gar keine WhatsApp Nachrichten. Dann gehe ich mit meinem Handy aus dem WLAN raus. Auf einmal porzelt alles rein. Ding, 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 ding. Ja. Ganz merkwürdig. Das stimmt. Ich habe das Gefühl nach einer gewissen Zeit macht er irgendwie das WLAN manchmal dicht. Also. Ja. Das ist komisch. So. Dann könnte man theoretisch in diese andere Instanz, oder? Ja. Können wir machen. Nach unten sozusagen. Mhm. Da waren wir ja auch nicht. Wir hier gar keinen Frost Beulen, Dings Bums. Kriegst du das hier? Ne. Ich sehe auch gar nicht. Ich sehe nur einen Gegner. Auf. Vorsicht. Da kommt ein ganz dicker. Auf. Vorsicht. Da kommt ein ganz dicker. Übel. Ja. Oh. Das tut gut. Gut. Das ist ja schön. Mhm. Das ist ja schön. Mhm. Und. Ja. Und ein. Zählen. Ja. 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 Das ist ja schön. der ist auch weg und eine kiste haben wir wissen sehr gut ich soll mich unten auch noch mal ein bisschen ein geht das eine ist primär munition der sagt da geht bei mir nicht dass du ja mal ein so ich bin zu hoffen dann können wir ja weiter ziehen was die frostbeule bedeutet was auch nie ich weiß nicht ich denke mal wenn man zu kalt wird kriegt man schauen was gedacht das hängt damit zusammen diese komischen pflanzen die man da abschießt und wie die eingefroren sind aber da sind die kamen sich so an dann habe ich kleine headshot verpasst ja das ist sehr gut aber bleibt immer noch in der anzeige bei einstehen also ja bei mir steht auch nur eins aber es läuft hier diese zicke was lebe die computerwelt ja komisch aber es läuft auf dem handy bei dir auch bei mir auch ja eigenartig stein anfassen naja das ist ja wie von hinten fächer aber mein handy wird auch echt immer heiß wenn es videos abspielt das wird echt eine anstrengung für das gerät ja vor allem für das alte ding was ich hier habe ja jetzt steht zwei ja tatsächlich noch mal was ist oh hier gibt es gleich noch ein boss ich hoffe das ist nicht der doch ich glaube das ist der der ist richtig übel da kannst du den reiter und den d dass das monster selber irgendwie killen also ich weiß nicht das geht glaube ich auch wirklich nur zu zweit ich hoffe dass es geht ja da da Das ist okay. Da. Oh, da. Oh. Gehe, Gehe! Alter! Oh, jetzt hat er mich umgelegt. Boah! Alter, heftig, oder? Alter! Der ist nicht ganz reisefertig. Der fixiert sich auch wirklich nur auf dich hier. Ja, ich weiche hier auch voll falsch aus. Oh Gott, oh Gott. Ach du, da ist ein Sonderbomben. Ach, das fliegt. Ach, das ist ein Sonderbomben. Ach, das ist ein Sonderbomben. Ach, das hat sich ein Sonderbomben. Scheiße. Jetzt fächert er nicht mehr. Jetzt kannst du jetzt. Ja, danke dir. Hat geklappt, ja? Ja, ja. Ja, scheiße. Ah, jetzt bin ich wieder. Jetzt bin ich tot. Oh, Mist. Ja, ich glaube, äh... Jetzt ja erst mal auf den... Hinten diese Granaten? Ja. Ich weiß nicht, also... Der ruft da mal irgendwem an oder so und dann... So, jetzt bist du gleich wiedergelebt. Ja, danke. Ja, danke. Oh, das geht hier. naja geht schon gut da aber wir haben fast gehabt das ja das war schon ganz jetzt kriegt das ja warte mal ich will nur jetzt fächern wir ihn mal der schöne war er hat sich die ganze zeit auf dich gestürzt und ich kann dem verwandt eigentlich immer abballern das ist doch super trotzdem hat es nicht gereicht ja diese bomben zum schluss waren nicht mehr ja ich weiß nicht was das für Mist ist ich habe alle sein komisches viel gräbt sich nur ein weiter weiter ich bin wieder umgekehrt Wenigstens stehst du im Heilungskreis drin. Wollte ich dich wieder benehmen? Ja, das hat geklappt, aber. Wollte ich dich wieder an. Wenn man mit diesem Frost vorliest, kann man sich auch echt Nur langsam bewegen Mhm Ich bring mich nicht mehr durch Ah scheiße, dann hab ich ja die Möglichkeit Ich bin umgefallen Hast du noch die Möglichkeit? Okay Ich wollte grad sagen, wenn er dieses Feuer streut oder so Dann hab ich ja mal ein bisschen Lust, mich gar nicht wieder zu bewegen Ja bestimmt Danke und jetzt bist du fast tot Oh nein, jetzt bist du tot Oh man, ich kann dir echt scheiße ausweichen Ja Ja Oh, dann wird's Ja 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 Ja, ich lebe noch Bei mir kommt halt so ein Intro irgendwie Genau bei mir auch Oh Oh, wahrscheinlich hat er sich jetzt geheilt Ach du Scheiße Ja, er heilt's Oh Alter, der mag dich aber wirklich Jaja, ich schau nicht warum Ja Ja, ist für mich das Schlimmste Ja Jetzt kommt er auf dich Ja Ja Ich kann so jetzt habe ich ihn das war doch super alter der war für erwachsene vielleicht zwei eigenschaften ja man kriegt ja auch nur fähigkeiten dazu sich gerade rüstungsdurchdringung kürzlich da war ich beim letzten mal also weiter bin ich nicht gekommen ich habe hier nicht geschafft alleine das passt auch recht hart manchmal die sachen hinten einsammeln ja auch nur ob es hier was gibt jetzt eigentlich geht es auch da hinten raus zwei kisten alles ja aber nur zwei kisten irgendwie hier ist nichts weiter kommt ja auch jetzt wieder gleich raus hier geht es ja nicht irgendwie weiter merkewürdig hinten haben wir ja eigentlich schon alles gemacht oder ja ich weiß nicht ob da muss aber noch irgendwo weitergehen weil wir ich hatte ja auch diesen ratten gegner da jetzt hatten wir ja auch noch nicht das stimmt es wäre auch ein bisschen wenig von dlc ich auch sagen Alter das wäre übel wenn der endgegner jetzt respawn würde ok dann gehen wir mal raus gucken wo wir noch nicht waren ja das schon neues game ja definitiv und hier ging es ja auch noch zweiter nach hier links unten gibt es ja noch ein eingang waren wir da schon wenn du auf die map gehst gibt es insgesamt vier punkte wo man durch kann ja stimmt ja da so links unten ich weiß nicht ob wir da drin waren mir fehlt auch immer noch diese säugende maus irgendwie dich oder hatte dich gestern gesehen hatte dann lass uns doch mal kurz hingehen ich weiß nicht hier die gegner wieder dane ja genau ja und gut dass man so eine reflexe hat ja ach wie gefeilig Ich hab ihn mal. Ich hab ihn gleich. Juhu, das war's. und wir sind ganz gut die waren beim endgegner auch ganz geil ja das stimmt rechts ist eine ratte bomben rat die ecke hier ist auch noch schwarz weil wir gerade sind oder also jetzt hier so so die ecke links kurz gucken wird die gegend ja bei mir nicht aber ja gehen wir ja noch mal hin das ist immer dieses problem was ich auch hatte wenn ich mit dir gespielt habe auch bei dir bleibt es dann offen also bei mir bleibt die karte komplett aufgedeckt für den zweiten der mitspielt ist es dann sieht es aus als wäre es neu okay dann können wir weiter wenn du m drückst siehst du eigentlich die ganze karte ja ich sehe nur halt oben links das salz schwarz ist unten rechts sieht auch noch so ein bisschen dunkel aus also ich mag ganz kurz hier was gucken ne okay ich komme mal zu dir da gibt es noch muni muni ist immer gut muni für den hunni das stimmt du hattest ja damals mir auch gesagt ich soll mal gucken wo war noch nicht waren ja ich glaube ja deswegen das ist blöd also wenn du als nur mitspielt dann siehst du den ganzen kram richtung passt auf jeden fall hier hat man das tor auf gemacht jetzt links sozusagen genau sehr gut sehr gut es war auf jeden fall auch so eine gegend wo ich sozusagen war wo dann so eine höhle war ich komme zu dir ich habe schon voll gelevelt bei 20 aber trotzdem ist meine ausdauer echt für narsch ja das geht weiter ich überlege wie oft wie am anfang gestorben sind hinter mir läuft irgendwas und der was gleich explodieren wird hier waren wir ja im grunde schon ach das ist ja das mit dem boot dann gibt es oben halt noch da kamen wir raus hier gibt es eigentlich nichts mehr vielleicht doch hier bei dem boots menschen da war eigentlich nix da haben wir auch alles abgegeben auch jetzt wenn man vielleicht kann man mit dem unteren jetzt reden ja kann man probieren dass wir ihm sagen wir haben seinen kumpel gekillt das war halt schon alles wenn man noch mal checkpoint checkpoint gut ich guck mal zum unteren ja dann weiß ich jetzt nicht wo man nur auf der anderen map halten dass man da noch mal gucken wir haben ja auch eine map am anfang gehabt da haben wir gesagt da gehen wir noch nicht durch weil wir looten noch mal alles ja das war ja da wo der endbus war da sind wir jetzt gerade gewesen na gut gehen wir dann noch mal zurück ne ja aber ich muss sagen noch mal ein bisschen aufmischen da dabei also ich kann mich jetzt bei dem endbus ging es ja nirgendwo weiter sonst kommen wir vielleicht noch mal in diese tunne rein ja ich weiß nicht also ich weiß am anfang als es müssten ja drei türen gewesen sein und am anfang haben wir ja gesagt da gehen wir nicht rein da luten wir noch mal weiter genau das war ja die wo wir jetzt waren aber waren da nicht noch zwei irgendwie ja ja die sind oben also wir können jetzt zur nächsten gleich gehen wir können ja alle abklappen ja genau wenn sie mehr opfer da schon mal waren oder nicht ich glaube ja aber das macht ja nichts vielleicht haben wir da drinnen irgendwas übersehen wieder ein eigenschaften punkt man traut sich den gar mehr zu vergeben bei mir geht das gar nicht so schnell hier oben ist noch mal so ein eingang aber da war man definitiv drin es gibt insgesamt vier auf dieser karte und wenn wir hier reingehen dann werden wir rechts raus kommen bei dem anderen können wir mal kurz loki loki machen nein ich stürze ich sag auch nein bei mir gleich die flaschen am tisch um ja irgendwie reagiert man nicht mehr also stürzt weder ab ist es nur eingefahren ist es nur beenden so noch mal starten das kann wirklich die hitze seien ich denke mal dann kriegst du jetzt auch raus oder genau ich bin was ich krieg so eine nachricht so ein diskonnected sonst können wir beim nächsten mal doch bei dir dann weiter spielen und vielleicht weißt du dann wo es da weiter geht ja ich obwohl ich war ja nur beim endgegner sozusagen also bei diesem bereiten den wir dann fertig gemacht haben weiter bin ich auch nicht gekommen und du hast ja auch noch die ratte stimmt die hatte aber wo die war die wurde mir auf der karte auf jeden fall angezeigt dann reisen wir jetzt noch mal zurück und die hat mir nur erzählt wer sie ist dass sie einer von den armien ist und dass die armien sklaven sind naja halbe stündchen haben wir ja ja genau wie ich auch so zwei stunden sind immer gut ja und ich finde mit ramland geht das auch ganz gut so zwei stündchen ja auf jeden fall also herr point ist mehr so ein stündchen ja ich bin zeit echt nicht so toll tatsächlich ja ich bin auch ein bisschen enttäuscht da hätte man auch in der zeit dann anschaue da und spielen können oder sonne ja also nein ich finde also man kann es spielen wollen wir da wieder hin rennen wo wir waren da muss uns jetzt mal in die andere headshot und ich glaube es geht 1.321 Punkte dieses sicht ist echt ganz praktisch jetzt siehst du wahrscheinlich die map auch wieder nicht ne genau die ist bei mir jetzt auch schon wieder dunkel hier können wir rein hier kommt man ja gar nicht lang und gehen wir in die instanz ja links rum genau hier hatten wir ja auch diesen einen entgegner mit dem schild stimmt wir haben ja zwei platt gemacht die titiri 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 hier irgendwas übersehen ich weiß es nicht aber hier waren meintrunde auch schon es gibt ja stimmt in den anderen in den anderen elementen war es doch immer so dass man am endgegner und ausgang hatte oder nicht nur ja hier gab es aber kein bisschen ja genau hier ist aber das gehört da nicht und so kommen wir jetzt habe ich mich vor verhandelt ja ich weiß auch kann nicht müssen ist dann wieder raus warte mal auf der anderen seite war nichts mehr jetzt hatte ich gucke mal kurz jetzt hier oben lang laufen dann wieder rechts ich glaube da hatte ich ja geguckt da war ja irgendwie nix mehr von da kommen wir so zu sagen ach so deswegen ich weiß jetzt auch nicht mehr genau von wo wir schimpel war es geht ja jetzt hier lang von hier sind wir gekommen man zu ich habe ich bin mir nicht sicher dann komme ich mal zu dir da raus gehen dann werden was direkt sehen ja raus gehen und dann sehen ja von hier kommen wir ich kann mich an dieses und das ich denke mal nicht dass diese welt so winzig ist oder das glaube ich auch nicht nur zwei bosse oder so das wurde ja groß angepriesen irgendwie ab geht's so und so und so und so und und die fliegen ja nur so an mir vorbei es gibt hier noch einen ausgang schnee ausgang und zwar wenn wir wir sind irgendwann hier an der kreuzung da gibt es dann geradeaus schnee und links schnee vielleicht kannst du uns einfach mal hin ja genau das finde die gab es ganz viel Oh, das ist die ganze Zeit. Sehr nice. und sogar zwei pizze so genau hier es geht einmal hier raus das schnee also hier gab schnee geradeaus dann war ich der meinung gab es noch eine kreuzung groß wo es woanders auch noch lang ging wir können ja mal hier lang gehen ja das ist glaube ich auch die kreuzung wo wir hergekommen sind kann das sein ich also hier war auf jeden fall schon drinnen Heilung ist gut Spinat Und hier wird es schon raus Ja, gucken wir mal Wir müssen auf jeden Fall irgendwo noch was übersehen haben, weil wir haben einmal den Rattenendgegner nicht, den ich hatte Ja, wobei die oft zufällig sind Kannst du dich noch erinnern, dass wir auch sonst zufällige Endgegner hatten Ja, stimmt Ja, jetzt sind wir einfach oben links rausgekommen, wieder auf derselben Map Hm 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 Das ist echt Na gut, sonst würde ich sagen, hör mal hier auf Und dann können wir beim nächsten Mal nochmal gucken oder du guckst halt bei dir nochmal Ja Ich weiß nicht, ob du weiterzoffen magst, dann kannst du ja bei dir nochmal Ja, obwohl die Viertelstunde haben wir ja noch, ne Ja, das stimmt schon, aber ich wüsste jetzt nicht wohin Wir haben jetzt alles, wir waren unten beim Boss Dann sind wir hier links reingegangen, da war ja das bisschen Rot Und die zwei Gänge oben da, das führt nur zueinander Hm Was ist denn Ich bin gerade am gucken, was hier nochmal war Ach, hier kamen wir zu dem Boss irgendwie, ne Ah ne, hier ist das Boot, genau Das Boot ist ja unten gewesen Ja, das ist das Boot, richtig Wir können ja nochmal zu dem unten hinlatschen, wo der fette Boss war Vielleicht haben wir da was übersehen Hm Oh, ich gehe in die Faschicht Oh, ich gehe in die Faschicht Ja Bist du doch noch, äh, ein Ausgang, ne Ja, ich bin gleich bei dir Du bist ja weiter rechts, ne Genau, aber kannst du durch, also ist überhaupt nicht schön Vielleicht findest du ja wirklich was Hm, ich hab Ohne mal hier so oben Hm Also Die Maus, ähm, die säugende Maus Nenne ich so mal Die wurde mir ja letztes Mal auch angezeigt Als, als blaue Figur Und die müsste ja theoretisch Hier direkt auf der Map Ja, ja, also, ähm, in meinem Game halt, ne Komisch Aber du hast auch ganz normal Abenteuer gestarrt, ne Ja, ja, genau Das geht ja nur über den Abenteuermodus Also jedenfalls das, das Game hier Das ist echt seltsam Und, äh, wie gesagt Die war genauso angezeigt, wie dieser Dieser Typ, den wir da gesehen haben, ne Also Der, ähm, auch so blau auf der Karte gemalt war Wo wir den Zahn abgegeben haben Ja Ja Ich gucke noch, aber bei mir wird ja nichts blaues Also, ne, keine Figur angezeigt Ich will nochmal kurz was gucken Ja, aber bei mir auch nicht Das ist das Problem Aber ich will nur mal hier was schauen Ich gucke auch nochmal hier hoch Hier war man glaube ich auch noch nicht so Ja, genau So eine Kiste Du musstest ja auch irgendwo kriechen Kannst du dich erinnern? Genau, ja Ja, das war bei mir auch Ähm Ich weiß nicht, warte mal Wir können ja mal Achso, du bist jetzt da unten, ne Mhm Ich will mal gucken Oh Ja Was, nicht Alleine durch die Tür kann ich ja nicht gucken, ne Welche Tür? Äh, wo ich gerade bin, ganz oben Warte, ich gucke gleich Ne, das ist Da waren wir gerade Da sind wir ja vorhin reingegangen Okay Also du kannst da schon durch Aber es bringt nichts Hm Das war ja dieser Bogen, den man da schläft Genau Ja, ich musste kriechen Das war halt so Äh Ich hab diese blaue Figur angezeigt Wir gehabt Und da dachte ich so Hä, was ist das denn? Und ähm Da musste ich halt Alt und Tabulator drücken Äh, ne Nicht Alt und Tabulator Nur die Alt-Taste Und dann kriegst du ja an dem Spiel Und dann bin ich in diese Höhle reingekrochen Mhm Ich merke, und war das in irgendeinem so einem gelben Ding, wo du da Also in der Instanz oder direkt hier auf dieser Map Äh, ich war der Meinung, das war auf dieser Map Das kann aber auch Äh, in der nächsten Schneemap gewesen sein Also Manchmal gibt es hier so Stellen, wo man denkt, oh da könnte man weiter Aber Vielleicht hängt das ja auch damit zusammen Wie viel man mit den Leuten quatscht oder so Wenn man mehr quatscht, vielleicht sagt der, labert der dann Irgendwie Und sagt, ja hier Da sitzt doch irgendwo eine säugende Maus Keine Ahnung Das kann schon sein Aber ich hatte auch mit der Ratte hatte ich ja komplett geredet Mhm Ja, da müsste man sich dein Video im Grunde angucken, um zu wissen, wo das denn war Ich hab nur wem platt gemacht Ja, da sind die Da sind die books Ja Ja Ich bin jetzt auch die ganzen Ränder hier abgelaufen. Oh, ich bin platt. Das ist echt geil, ne? Du streust sozusagen die Gesundheit und wiederbelebst mich dann die ganze Zeit. Das ist echt cool. Ja. Wenn einer ballert oder so, dann stirbt man nicht gleich. Ja. Hm. So, ich kann nochmal kurz die Ecke hier ablaufen, aber... Ah, ich hab mein Video ja auch bei YouTube hochgeladen. Ja. Ich hab ja auch theoretisch immer drauf. Man kann's im Grunde auch bei Twitch ja gucken. Ja, genau, das geht auch. Aber was gucken, das sieht da komisch aus. Vielleicht gibt's da auch was. Zum Beispiel die Richtung da oben, ne? Siehst du ja auf der Map. Das sieht aus, als wenn's da oben in so eine Höhle reingeht, irgendwie, ne? So. Ja, genau. So. 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 Und hier kann man auch nicht durchkriechen. Oh, das dachte ich auch, dass es vielleicht da oben ist. Ich meine, hier sind wir ja im Grunde da rausgekommen. Ne, hier gibt's gar nichts. Weißt du, das ist eine Video hier, wir durchsuchen die Stadt, hat er bei YouTube filmt bei mir auch immer noch mit so die meisten Aufrufe. Läuft auch jetzt ganz gut, da fragen mich immer Leute, wie kommt man da hin, wie kommt man da hin. Habe ich jetzt auch mehrmals Community-Anfragen gehabt, aber das Problem war halt, konnte ich nicht beantworten, weil es schon so lange her war. Ja. Aber, ähm, ich glaube schon, dass das hier wirklich nicht alles war. Und was ich meine ist, auf jeden Fall, wir haben das eine Mal auch, ich weiß so, in der Stadt da durchsucht und durchsucht, bis wir das endlich gefunden haben, ne? Genau, ja. Ja, aber nicht, hocken wir uns hier an dem Stein und machen erst mal Schluss. Ja, würde ich auch sagen. Und ich, ich weiß nicht, ich gucke vielleicht nochmal deins an, oder ich gucke nochmal im Internet. Ja, genau. Das ist ja gar nicht verkehrt. Ja, genau.